Ich bin Simon Lösing. Ich habe jetzt hier bei WIPA meine Ausbildung vor drei Jahren angefangen. Bei WIPA arbeite ich als Elektroniker für Automisierungstechnik, Schaltschrankbau und für die Maschineninstallation. Ich habe damals meinen alten Ausbilder Christian Rensinghoff auf einer Messe getroffen und er hat mir damals ein Praktikum angeboten und dann ist das zur Ausbildung gekommen. Hier mit den Kollegen macht es Spaß zu arbeiten. Das ist immer top und die Zeit vergeht auch super schnell. Es ist wirklich eine junge Firma, ein junges Team. Man hat natürlich auch aus jeder Altersgruppe gearbeitet, aber an sich ist das schon ein junges Team.